ja ich hoffe ich kann jetzt gleich die nächste aufgabe machen wahrscheinlich nicht ja mal gucken okay dann mache ich jetzt einmal gang terminierung ja mit den mission sind dann bestimmt immer wieder dasselbe wiederholen sich mit der zeit na los was lädt da solange ja leider erst mal die falsche richtung gefahren geil also weit fahren gar kein bock da hole ich mir jetzt schnell mein oppressor eigentlich versmart sich den oppressor zu holen dann kann man die auch gleich abballern richtig zieht glaube ich auch das visiert dann auch gleich an und ist dann nicht so rutschig hier ja komm ok da kann ich auch gleich mein oppressor mark 1 wiederholen hast du schon die laterne weg gemacht ok schnell mal rufen ok mein zentrum ist auch noch kaputt warum kann man nicht eigentlich alles gleichzeitig reparieren lassen ok dachte ich davon waren davon nicht drei abgebildet ok ok na gut dann waren es nicht nur zahlen der moin chilead im schnee sieht ja richtig geil aus hier mal schön skifahren wenn dann alle knochen brechen hm schön oder ist das hier überhaupt der moin chilead ja ne ne das ist er gar nicht aha lol hey da hinten ist er oh nicht die kinokamera anmachen richtig lost einfach nur so was macht ihr hier für stress mit O'Neill Brüder lass mich raten ich sie alle erledigen oh Gott wir sind fast tot WTF alter was haben die Sniper oder was das kannst du doch keinem erzählen so da drüben ist noch einer oh oh irgendwo ich hier sein du bist da hinten schieß doch gut gut down egal ich geh erstmal hier wo sind die denn ach da oben da oben ich schläre erst mal den hier wo ist er kommt gleich so rum da Mann kommen ja immer wieder neue ey oh fuck er bin ich ausgepumpt ganz ausgepumpt ganz gut ach ja schön ach ja schön da kommt noch einer ja ja schießt da da sind welche aber wo ich sehe sie nicht ich bin auch blind bin auch blind ich bin auch blind boah hier komm immer wieder neue alter willst du mich verarschen hier warte er komm hier nicht rein geil hier die waren hier drin und der andere wo sind denn die enforcer das war auch kein enforcer das war auch kein enforcer wo sind die denn wo sind die denn da unten da war einer ok jetzt reicht komm auf den oppressor und dann wo sind die denn weg jo jetzt haben wir es doch ja hätten die vorne nicht mich weggesnipet hätte ich es auch früher geschafft ok dann mal zurück zur agentur oh oh es sind die wege sind immer so lange imani wann rufst du denn an ruf dich mal an um zu gucken wie weit du bist auch immer schön wenn ein anfänger mitmachen bei gta oder wie ich rechts da wie ich rechtsklart lese hm ok anscheinend äh äh meldet sich imani grad nicht bei mir ok das ist schon ein bisschen traurig aber so soll ich mal beeilen ich bezahl die doch ne ich will jetzt kein konkurrenzkampf ja wir sehen uns dann wieder wenn die wieder anruft das ist schon okay na dann los das sind ganz ziemlich schnell ich habe gerade noch eine Schokolade gegessen ich dachte es dauert ein bisschen länger muss ich vielleicht gar nicht schneiden mal gucken ja 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 Okay. Okay. Ich krieg ... ... ... ... ... Ich krieg ... eine million ich krieg fucking eine million nur dafür dass ich ein handy wieder beschaffe ja gut ja dann los wir sind aber ziemlich viele gestorben du kannst nicht doch auch arbeiten und nicht nur voll darum sitzen so presse ist das war ein bisschen schneller ok erst mal falsch gefahren finde ich gut ok ach du scheiße jetzt könnt ihr euch nicht mal modernisieren ihr könnt auch alle mein nachtclub gehen der ist perfekt ja mani wo kriegst du den herr des putz er hat mir noch eine nachricht geschrieben wo ist denn der putztransporter egal jetzt einfach rennen fertig hier habe ich irgendwas mit scheidämpfer ja jetzt einfach warten ok soviel zum thema unentdeckt bleiben ich habe ja auch ein nachtclub das kann nur an einer stelle sein willst du mich eigentlich komplett verarschen wie habt ihr denn euren nachtclub aufgebaut kann man ja gar nicht rinden muss ich hier durch latschen toll oh hallo mit der schrotze ja du da ist einer wirst du denn der ist über mir ich tue nichts der mit seiner fetten schrotze einfach nur ich mag leute mit der schrotze nicht so die restlichen sind hier drin ja hier am computer wahrscheinlich warum kommt man hier nicht durch ich verstehe es nicht ja die waren eh nicht so stark doch eine easy mission eh 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 nicht lachladen ein schuss abgegeben ich lade eh immer nach ich hätte mich vorher noch heilen sollen das belastend jetzt ist echt belastend aua 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 ich schaff das ich schaff das aua ich bin auch mein oppressor liegt doch weg oh alter junge das war echt knapp ja ich bin weg er kriegt mich nicht mehr keine chance aus na da kommt einer mit dem heli ich will einfach nur zu meiner agentur ich bin ein friedlicher oppressor fahrer sind ja ziemlich fast in der community weil man damit easy jemanden killen kann so imani ich hab die überwachungsbänder für dich oh jetzt hat es fertig geladen hat ja nicht sehr lange gedauert bitte vor den kleinen ja also ich gleich ach komm ich mach noch eine hallo ach ein paar löcher im rücken ist doch nicht schlimm die kleinen mission gehen ja schnell ok egal mach ich das nächste mal wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder und ciao so ich